Ich reise nach Bali und blicke nach Somali. Mit meiner Schwester Imani gehen wir nach Albani. Die Hauptstadt ist Tirana, die Einwohner sind Albaner. Wir fliegen nach Vietnam, die Landschaft sieht man da. Ich wache um sieben auf und isse Nutella mit Lauch. Frag dich, was du machst, du antwörst, ich bin wach. Wandern gehen wir jeden Tag, der Lehrer ist der Einzige, der das mag.